200 Gramm ungarischer Salami, bitte. Wie bitte? 200 Gramm ungarischer Salami. 200 Gramm Schweinelände? Nein, ungarischer Salami. Ach ja, ungarischer Salami. 300 Gramm? Nein, 200 Gramm ungarischer Salami. Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland akten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte. Das ist Ihre Einbürgerungsbekunde. Jetzt sind Sie deutsche Staatsangehörige. Mit diesem Moment.